Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal Mr. Heiße Wurst Ich bin FTC Freak Ich bin Torigo Ich bin MC Sven und es ist kein Projekt, sondern nur ein Let's Test Ja, ein Let's Test und heute heißt er Lekma Was spielen wir denn heute? Ähm, wir spielen... Investation Survivor Stories, oder? Ja So in etwa, gut geht, gut gemerkt Los, ich, ich, was das auch Los, Krabbelgruppe Los geht's Und ja, nein, ich stehe jetzt auf Nehmt mein Arsch Wir haben schon ein bisschen gespielt Darum sind wir auch schon ein bisschen equipped Equipped, heißt das? Nein Equipped Ausrüstung, sagen wir es so Ja, also du kannst mal deine Inventar zeigen, was du so hast Ja, ich habe einen mittleren Rucksack Und, ja, ein bisschen erklären Und kleine Sau, du hast Ja, ich habe einen Rucksack gefunden Mit mehr Platz, natürlich Äh, und hier, äh, ja, Mini Saints Um zu essen, äh, Nahrung Also Nahrung, Wasser braucht man Das sieht man unten links Und, ja Ja, so wir versuchen hier uns ein bisschen gegenseitig zu helfen Ja Wir, zum Beispiel, ich, äh, nehme alle die Man kann auch Sachen stacken Also, zum Beispiel, ich habe die Wasserliterflaschen Die sind ziemlich gut Also, und wir denken, wir gehen jetzt mal zu, äh, wohin gehen wir eigentlich Gehen wir nochmal vielleicht in diese Stadt hier Ja Für den Anfang Ja, da, von der kamen wir gerade Ich, also, gehen wir schwimmen, oder? Ich kann, ich kann noch ein paar, ja, ich kann noch ein paar Sachen aufnehmen da Okay Oh, was sind das plötzlich für Striche, Wasser? Was mich gerade, was ich gerade komisch finde Ich, 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 ja, komm So Hast du V-Sink drinnen? Äh, hat's das überhaupt hier? Sonst Anti, äh, Initializing oder so Heißt das? Also das kann ich hier aber nicht umschalten Doch Wo? Äh, mach eh, Escape und nach, äh, Option Ja, nein, da kann ich ja nichts einschalten, was die Grafik hier selbst angeht Nur, wie hoch die ist Ja, okay, stimmt Ich habe jetzt mal auf hoch geschalten, ja Aber das reicht schon Also ich hatte vorher 10 FPS weniger als jetzt Jakob Ja Kommt hier Ich, ey, ich schwimme jetzt mal auf dem Rücken Sieht so bescheuert aus Sven, Sven Hm? Guck dir mich mal an Und, ähm, das Spiel ist, äh, heißt, also, ist Ja, und es ist auch ähnlich wie DayZ, oder? Ja, stimmt, ja Ich finde jetzt logisch, äh, bei DayZ ist es, glaube ich, du kannst unendlich lang sprinten So, ich nehme mal den Schläger Ja, man kann nicht unendlich lang sprinten Äh, die, äh, die Sprintanzeige ist unten links, das, äh, das Orange Ja Sollte sich jetzt wieder auffüllen, wenn Jakob jetzt gerade nicht sprintet Jakob, komm hier, das in das Gebäude Ja, und man hat auch eine Ach nee, stimmt, in das hier Man hat auch noch eine Lebensanzeige Das hat, das sieht man auch unten links, das, das Männchen Das Männchen Und dann noch, äh, auf beiden Seiten, diese weiße Bar, helfbar, so Scheiße, sie sind gerade drüben, ne? Einmal Wasser und einmal Essen Also einfach trinken und essen Hat jemand eine Fackel von euch? Nee, keiner Vorher hat es noch den Grabstein von Sven Ja, hier ist mal verreckt Ja, du aber auch Genau an der gleiche Seite verreckt, weißt du Obwohl, wir haben ja dort aufgehört Y, voll unlogisch, muss Z drücken Leck mal, wurde von Nice, ich hab drei Limon-Dosen ge- äh, zwei Limon-Dosen Nice Wirklich? Nice Da hab ich vier Limon-Dosen Sven kommt hier nicht drauf, das ist so unlogisch Ja, ich schaff das einfach nicht Geht das hier, kommst du hier rauf? Vielleicht beim anderen? Hier? Ich komm einfach nicht drauf Kommst du beim anderen drauf? Hey, jetzt warst du drauf Ich war doch nicht drauf Ich hab'n Chemielite Kommst du hier hin? Ja, dann, äh, wir versingen mal hin Dass es ein bisschen heller ist Hä? Warte Achso Kommst du weiter an? Jetzt bist du drauf Ach, jetzt hab ich's geschafft Soll ich jetzt hier zum, äh, zum weißen Pfosten oder? Nein, nein, hier hinspringen Hier, wo ich bin Alter, ja, ich hab halt voll die Bei mir ruckelt das Spiel halt voll Es ist richtig schwierig für mich, das zu machen Oh Gott Komm mal hier hin Gibt's keinen anderen Eingang? Nein, 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 nein Sonst geh ich einfach dorthin Ach du Scheiße Besuch mal, nicht auf den Auf den hier vor Hier Ja, ich hab voll die Ruggler Irgendwie so 7 FPS Oh, das ruggelt nur noch Ich weiß nicht, wieso jetzt Äh, ist ziemlich schlimm Sven hat hier einfach ein Chemielite Oh, ich seh nix Scheiße, hell, Mann Ja, ich hab glaub ich auch so sehr meine Sicht verändert Ich hab jetzt so Hast du C gedrückt? Ja, genau Okay, komm mit, komm mit Sven, komm mit Hat's noch einen anderen Eingang? Oh, oh, oh Wer will einen mittleren Rucksack? Ich! Ich! Ja, ich hab meinen Rucksack ein bisschen schon geleert Also Huch, hier hat's was Verbände, ich hab Verbände Ich hab Verbände Ja, was macht ihr? Seid ihr Läuft ihr jetzt außen rum? Oder was macht ihr? Leute? Ja Hier hat's noch Benzin Kommt hier Ja, haben wir schon gesehen Muss nicht aufnehmen Ähm Man kann auch noch mit Zum Beispiel Benzin Oder irgend solche Auch mit solche Lumpen Und Leere Flaschen Kann man zum Beispiel einen Molotow machen Aber Wir können das Irgendwie noch nicht Wir brauchen irgendwie Wahrscheinlich noch länger spielen Ja, wir brauchen glaube ich Ein bisschen Erfahrungspunkte Und dann könnten wir Das zum Beispiel Zusammen craften Sozusagen Aber wir Wir haben erst gerade angefangen Und ja Das geht halt noch nicht Leider Oh, scheiße Ich hoffe, der verfolgt mich nicht Der hört uns nicht mehr Alter, bei mir Ist grad übel schlimm Oh, oh Habt ihr die Schüsse gehört? Kommt auf dich, Sven Ja, helft mir Ich seh nichts Oh, scheiße Ich seh einfach überhaupt nichts Ich seh schon was Aber Einfach Es ist so dunkel Und ja Ach, hier kann ich reingehen Du machst es noch dunkel Es kann Oh, hast du den mittleren Rucksackst schon gefunden? Rucksack Rucksack ist voll Ja, da musst du Etwas rauswerfen Hä? Sven, du brauchst Du brauchst Platz für diesen Rucksackstest aufnehmen Und dann ausrüsten Wie das? Wenn du auf den Rucksack klickst Oh, was denn das ist ein Helm, oder? Rucksack ändern, ja Boah, ich hab übelst die Legsputts Äh, auf Ja, plötzlich Ach, ein cooler Helm Aber den haben wir schon, glaub ich Der M9-Helm, glaub ich, oder? Und wie? Was? Rucksack ändern Rucksack ändern und dann? Saft Und dann kannst du ihn auswählen Och, Saft ist gut Okay, gut, ich hab ihn jetzt Den kleinen Rucksack soll ich Den reff ich mal raus Trink ich jetzt mal Saft So, hab ich beides Ja, jetzt So, dann nehm ich hier noch Wasser rein Und dann leichte los Ey, ich, vielleicht liegt, dass das jetzt gerade Abend ist oder so Weil ich habe jetzt plötzlich Übelst der Legs Wo seid ihr? Ich bin ein Schock oben Oh mein Gott, ich komm nicht mehr Ich komm nicht mehr drauf, wo ich hinlaufe Das ist zwei M9-Helm, aber äh Brauchen wir nicht Also ich bin mein Bin mal eins noch weiter rauf Oh, scheiß Ein Schläger und ein Schraubenschlüssel, mehr hat sie nicht Ich hab hier Wasser gefunden, was ist das so dunkel? Oh, das ist nice, das ist sehr nice Hm, was? Ich hab was sehr nicees gefunden Was? Kann ich das irgendwie aktivieren? Warte mal Ich komm nicht mehr draus, wo ich bin jetzt Äh Äh Es ist so dunkel Ja, wie macht man das? F? Nein Hä? Hä? Hing so unten T? Z? T? T? Was ist T? Ah nein Oh, jetzt mach ich den Voice Chat Äh Naja, ich hab's gesehen Ähm Was? Was seid ihr? Wie macht man das? Ich muss mal kurz was nachschauen Boah Was? Ich stelle die Helligkeit ein bisschen höher Ich stelle die Helligkeit ein bisschen höher wegen YouTube T? 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 Ich bin rausgefahren. Ah, Sven steht vor mir. Warte, bist du? Sven, welche Nummer? Du stehst vor mir. Okay, gut. Also gut, ich versuch jetzt. Bist du hinter mir? Ach stimmt, du musst mich wieder erinnern. Ja, genau, okay. Ich komme da. Ich hätte dich jetzt gar nicht gesehen. Sven läuft erstmal in Sven. Alter, was ist das für eine Waffe? Warte, Option, Helligkeit. Ach ja, jetzt kann ich hier heller machen. Leute, wollen wir eigentlich, wenn wir aus der City laufen, wollen wir mal zur Patchform? Wollen wir mal zur Patchform? Ich habe auch noch, weißt du? Ach du Scheiße, wenn man Helligkeit voll anmacht, ist übertrieben. Ja, du musst dich voll. Wollen wir zur Patchform? Nee, gehen wir zum Whitestone Mountain. Bist du sicher? Also müssen wir durch die City laufen. Nein. Und da bin ich ja gekommen. Wollen wir eigentlich zum, äh, wollen wir noch einen kurzen Abstecher machen zum General Store, hier, in der Nähe? Wo ist der? Äh, wenn wir hier hinten rausgehen, Richtung, äh, Fluss. Dort habe ich meine M4 gefunden. Dort hat sie immer Waffen eigentlich. Dort hat Sven, weiß nicht. Oh, jetzt wird's wieder Tag. Das ist gut. Ja, kann ich. Ja, weiß voll nicht. Es ist... Der Himmel sieht dabei, wie bist du aus? Es ist 23.12 Uhr, ja. Ich habe zwar nicht Ultra, sondern ich habe Hoch. Aber Sven... Ah, gehen wir jetzt mal, äh, in die Stadt, in das Zentrum vielleicht? So, jetzt im General Store, dann, glaube ich, aus der Stadt. Ach, hier hat's einen Eingang in, 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 in einem Gebäude. Ich geh mal hier rein. Oh, bist du sicher? Ja. Ich habe mal meine Nachtsicht an. Ey, das Mini Saints, was ist da? Etwas zu essen? Ist es... Ich habe ein Zombie. Äh, nützt das viel? Ja. Ja. Ich habe ein, äh, kleiner Hunger. Ach so, okay. Ja, deswegen... Für das, das, für das sicher, ähm, äh, das Mini, oder? Ja. Ich habe ein Zombie, ja? Kommt rein, kommt rein. Obwohl, nein. Ja, ich baller nicht mal, ich baller mal nicht auf ihn. Nein, will ich auch nicht. Gehen wir hinten wieder raus? Mhm. Leere Flasche. Eine läuft sogar vor mir, eine Flasche. Sven, Mann, du, warum sprintest du die ganze Zeit? Ey, mir sprintet die ganze Zeit, äh, er will einfach überall der Rest sein. Wieso nicht? Weil, äh... Ja, warte doch mal. Weil die immer so schnell, äh, äh, leben, ja. Essen und trinken, fühlt ihr es dadurch? Ja, man fühlt jetzt schneller dadurch. Also, ich glaube jetzt mal... Jetzt in der City, wo es keine Zombies hat, müssen wir ja nicht abhauen. Ich glaube, wenn man sprintet, erreicht man das Ziel einfach auch, äh, früher, aber naja... Achtung, Zombie rechts im Gebäude. Warte, hier drin hat es einen Schokoriegel. Nice. Und ne... Was ist das? Was hast du noch genommen? Was ist das? Kompaktfernrohr. Oh, ich hab... Oh, das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Ich glaube, das habe ich mal, äh, im Shop gesehen. Äh, wenn... Äh, man kann auch, äh, Kohle sammeln. Und... Dadurch kann man dann im Shop... Kohle, du meinst Geld. Äh, ja, im... Im Menü... Boah, na, ich hab'n Schlagring. Ja, ich meine natürlich, mit Kohle meine ich ja Geld. Und wenn man dann im Menü ist, kann man sich was kaufen. Zum Beispiel bessere Waffen und so Sachen. Man könnte wahrscheinlich auch mit F... Äh, mit echten Geld, mit ein bisschen Paysafe, äh, wie... Schon wie? Äh, Paysafe, oder? Ja, wahrscheinlich. Zum Beispiel könnte man sich was kaufen damit, aber... Ich hab'n Schlagring. Sven, willst du da dreimal noch? Ja, komm. Ich hab'n Schlagring gefunden. Will jemanden... Kricket-Schläger? Also, ich bin zufrieden mit meiner zweiten Waffe. Ich bin mal oben. Nägel. Oh, 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 was, 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 wo, wo? Nägel. Nägel, das braucht, ja. Er hat ne Nagel, das ist natürlich ne, eben, ne Nagel, bis wolle. Wie saß dann da die Nägel am Ufer, beim, also beim? Oh, oh. Ja, jetzt nochmal ein... Yes, boah. Tschüss. Aw, oh, oh. Bis zum nächsten Mal.